Ruf mal hier Romano an, der wird damit gar nicht rechnen, dass du den jetzt anrufst. Guck mal, hey Romano, kann ich da mal nur anziehen. Damit wird der gar nicht rechnen. Romano, ich bin's, Davy, hey, Maskilmaschine. Warte kurz. Ich bin Davy Selke, ich spiel mit dir zusammen. Hä, Davy Selke, ich spiel mit dir zusammen, was ist denn los mit dir? Hi, ja, Kruder, ich wusste nur nicht, ich bin im Auto. Alles gut, alles gut. Ey, ich hab grad gegessen und wollt dir kurz einen Witz erzählen. Was stinkt und wächst unter der Erde? Zwerge. Eine Furze, eine Furze. Ist dir schling, ist dir schling. Danke Romano, ha rein, Digga. Ist dir schling. Was ist das denn? Boah, ist hier schlecht. Nein, das ist mir kackt. Das ist mir kackt, das darf nicht veröffentlicht werden. Boah, ist das ein schlechter Witz, ey, das werf mal weg hier, Alter. Boah. Ey, ich höre, das ist der einzigste, der mir eingefallen ist. Aber ey. Ich möchte nicht dazugehören. Ich möchte das nicht sehen. Ich schien mich für den Witz gerade. Wie ist das nicht besser? Oder, was ist das nicht besser? Das ist das nicht besser. Vielen Dank.